So, landen wir mal hier oben. Indilo will ich mir nicht holen. Gucken wir mal ins Inventar. Wir haben ja eben 1700 Metall abgeholzt. Nett. Finde ich auch. Wie gesagt, ich weiß, auf der Merk, weiß ich einfach, weil wir da eine sehr große Brücke drüber gebaut haben, weiß ich, dass da sehr viel Metall zu holen ist. Okay. Und ich sag's mal so, 1700 Metall mal eben auf einen Schlag, das lohnt sich schon dann. Nur fortbekommen musst du es halt. Ähm, ich will jetzig sagen. Ja okay, mit dem Mod ist es einfacher aber so. Mhm. So. Aber ich mein ja jetzt, wenn du ohne den Mod spielen würdest. Ja, ohne den Mod brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. So. Und der nächste Ofen, der befeuert wird. So. Und der nächste Ofen, der befeuert wird. So. So. Rein mit dir jetzt. Alle. Alle. Simple Rifle Ammo. Bei Narcotics haben wir mehr als genug. Mhm. Der Cortex sammelt wirklich mehr als genug. So. Aber. Ich möchte halt natürlich auch was draus machen. Äh, Betäubungsfalle für dich? Wenn ich aber auch jetzt antworten? Nein. Das ist mir zu billig. Um deinen Schmerz zu betäuben. Ähm. Um meinen Schmerz zu betäuben. Ja, du hast doch garantiert Schmerz nach dem Umkippen. Äh, nein. Nein, ich möchte den Namen nicht ändern. Hehehehehe. Äh. Unseelen. Oh, jetzt kann ich ihn tragen. Hm. Hm. Überkleindun. Jetzt kann ich die Ceilings tragen. Stimmt. Ich wollte ja auch weiterbauen. So. Das Bett ist jetzt. auch fertig. Packen wir die Ceilings erstmal hier rein. So. Fetch. Wood und Fiber rausholen. Und. Jetzt gehen wir mal an Bronto. Ich glaub Bronto hat noch. Zieh dich. Äh, Bronto hat glaube ich noch. Jedem. Na, natürlich keine. Und. Hat aber Fetch dabei. Hm. Meins. Meins. So. Okay. Das heißt, ich hol's jetzt erstmal ein bisschen ab. Damit ich ein bisschen. Äh. Umweltauress. 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 Nur. Es. Es ist lecker. Essen, also verholzig auch. Aham. Auch in sich? In dran ketten? Ja. Here. Ihr wisst ja, Sägespäne und so ne? Ey, daraus wird Adanas aufza impresgewandert. Prozent wurden Bildung mit dem Fremden kann ich eine Machen sind nun in den Bauern Kettbewerblich noch nicht machen ich will wurden ja Ja, bitte mal eben 40 Wände bitte herstellen, mhm. Wo hatte ich das denn gehabt? Was denn? Rampen? Rampen? Rampen habe ich nicht gemacht. Rampen muss ich bauen. So soll ich zwei bauen? Ja, was? Ja, damit hat funktioniert, so wie ich mir vorstelle. Hä? Was stellst du dir denn vor? Ich bin gar nicht weit, brauche ich gar nicht. Ich hab ja den, ähm, noch drin. Hm. Da hab ich ja, da hab ich ja etliche von gebaut. Stimmt ja. Hm. Hm. So, erstmal in die Zeitlupe wieder zu Hause. Weil ich bin jetzt schon auf Ebene 4 und ich denke mal, ich kann da jetzt gleich schönartig weiterbohren drauf. Mhm. Aber das sehen wir, das sehen wir jetzt gleich erst. Hm? Mhm. Aber wie man sieht, ich habe hier schon vier Ebenen. Und dann halt zwei Ebenen, zwei Ebenen A zwei Blöcke. Und denn zwei Hochblöcke jetzt. Und dann vielleicht zwei Hochblöcke. Es sind halt zwei Ebenen A zwei Blöcke. Mhm. 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 Daaaah Da dauert und dauert und dauert Daaaah Ich habe ein Moshops. Ich hab keine Ahnung, was der mir bringen soll. Ich hab echt keine Ahnung, was der mir bringen soll. Hm-mh. So. Du sagst's. Ich? Sloped Roof. Hm-mh. Du sagst, ich kann ihn dann nicht dran anbauen. Ne? Das ist doch das, was du gesagt hast, ne? Was? Dass man an den... dass man jetzt nicht mehr weiter hochbauen kann, ne? Äh, das hab ich nicht gesagt. Ich hab bloß gesagt, dass es hier beim vierten Stück bei mir... ...der Ende war. Hm-mh. Kein Vertrauen mehr gehabt. Du hattest kein Vertrauen mehr. Nein. Das erklärt natürlich. Äh. So. Dann... Hm? Werden wir... Das ist auf der sieben. Hm-mh. Hm-mh. So. Ähm. Oh, Wut. Oh, Wut. Großartig. Ich klau' ich das auf dem Feuer. Hm-mh. Sieben Mal. Sieben Mal. So. So. Er hat das schon mal gefressen. Er hat das schon mal gefressen. Das ist schon mal gut. So. Gewicht rausnehmen. Ähm. Wie ich jetzt schön entspannt weiter bauen kann. Ähm. Ja. So. Wooden Ceilings. Das war zu viel. Das war mir irgendwo fast klar. Ja. So. Das heißt. Ich baue jetzt erstmal hier den Floor weiter. Aus. So. Ähm. So. Man sollte das auch auf die Action Tasten legen. Sonst funktioniert das hier nicht. So. Sieben. Und sieben. So. Okay. Sieht zwar nicht gerade gut aus, aber es ist mir ziemlich egal. Weil wichtig ist, es funktioniert. So. Also ihr seht's. Hier wird groß aufgefahren. So. So. Okay. Muss ich ein bisschen anders denken. Ähm. 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 Ne. Aber. Sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. So. Okay. So. Bitte auch aktiviert lassen. So. Nehm ich da hoch. So. So. Nein. Okay. Also muss ich das anders machen. Okay. Gut. Mhm. 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 Das ist jetzt nicht das Problem. Mhm. Mhm. So. Okay. Okay. Natürlich muss das auch schön stimmig sein. So. So. Jetzt habe ich ein zweites Dachgeschoss drin. Und noch sieben Ceilings übrig. So. Dann machen wir nämlich auch direkt den Fensterrahmen auch mit rein. Damit soll ja auch was aussehen. Ne. So. Ähm. Ähm. Wooden Wolf. Also ich. Will dich jetzt nicht enttäuschen. Aber. Ich habe jetzt nochmal 5 draufgepackt. Ne. Was war das? Nein. Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich will es einfach gar nicht wissen. Und da.